so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft ja diesmal ist es der spielmode aero der letzte von den drei oder vier den ich euch die ich euch vorgestellt habe und ja also heute ist der letzte und dann könnt ihr entscheiden welchen wir spielen sollen ich persönlich mag am liebsten pirate craft ich weiß nicht warum wahrscheinlich wenn die maps so cool ist die holen sie erst mal alle kupfer ja also wie gesagt ich bin aeto und auf diese insel hier oder da auf dieser sporn insel da wo man spawnt da spawnt immer kupfer auf der auf den vielen insel dahinten spawnt immer eisen und in der mitte spawnt dann das gold das man braucht für bögen und so weiter ja also jetzt haben wir hier nur 5 6 7 8 übrigens team rot und da gibt es halt noch team blau team grün und team orange und dann holen wir uns noch mal ja ein bisschen dürfen können wir uns schon mal holen das was halt geht da die drei sachen können die anziehen und blöcke hier zack und können dann mal anfangen hier warum hat er schon bogen okay der hat schon ein bogen ist nicht schlecht wenn unser team schon mal ein bogen hat und einer von uns ist gestorben hallo hallo lass mich traden es geht wahrscheinlich nicht weil er grad da daran ist aber so ein komisches komisches natürlich komischer back dass wenn ein anderer dran ist an dem händler der andere dann nicht handeln händeln kann dann gehe ich hier mal dran kaufen wir die spitzhacke wir haben zwei enstein drei mit den enstein können wir dann macht nix so um naja genau genau wir müssen uns unbedingt zu einem dieser eisentürme hinbauen damit wir eisen kriegen weil sonst bringt uns das nix oh scheiße bin ich eigentlich noch ganz irgendwie bei mir oder warum springt einfach runter jetzt hat der andere das eisen ja das wird er sich wahrscheinlich schnoren ach komm die schießt mich alle ab komm ich brauche ein bisschen mehr blöcke und da vorne steht einer mit dem bogen ja ok warum haben die alle schon bogen also ich das ungefähr so wir haben jetzt dann diese blöcke hier und der baut sich rüber dann baue ich mich mal zu dem anderen rüber schnell also wir bauen uns jetzt zum eisen mal rüber und dann holen wir uns das eisen und da fällt einer runter und dann bauen wir mit dem eisen ganz viel zurück geht da da ist jemand ja kaum doch genau schießt sie kaputt ja macht gut 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 einer noch ok die haben den kaputt geschossen wir haben 18 eisen so 18 eisen habe ich mal reingeschrieben in den chat und schwerter für alle 1 2 3 4 dann haben wir auch alle schwerter und brustplatten dann komme ich mir noch mal so eine rüstung hier so eine rote was soll das was macht der hier niemals alter 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 ich habe gar nicht kapiert dass er schon da ist oder gar nicht geblickt hier mal eine kiste hin und da tue ich noch ein paar sachen rein wie zwei schwerter und das eisen natürlich alter 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 ich muss mich ja konzentrieren oder wegen weiter zu leise ich muss nämlich hier nicht runterfallen oder wollte nicht unterfallen kommt doch her ich bin der wächter dieses eisen hauses gedaten bogen macht sie kaputt so wir haben dann noch mal drei eisen ist ziemlich gut wir haben beide eisen sachen alle anderen haben auch ein bogen außer ich mal wieder ist aber trotzdem gut und wir sind immer noch zu viert es sieht stark danach aus als würden wir gewinnen wenn nicht irgendwas schreckliches passiert gehen weil die hälfte meine steaks hat schon nach bitte ohne weh dann die eisen total sinnlos was der macht mit der kiste so hier 12 eisen und dann denke ich mal wieder ein bisschen ich gehe dahin ich habe dich gesehen da hinten das hier die kofferbahn auch in der wand drin dann wollen wir hier mal den sparenblock von team grün wurde abgebaut sehr gut ist nämlich und ich habe gedacht ich fall runter ach du hatten gerade komisch sterbe geleckt und deswegen bin ich wieder zurückgesetzt worden und ich werde fast runtergelaufen zum glück eine spitze ich bin mal der eisen lieferant also klar dass einer kommt nein scheiße ich habe echt gedacht der wird mich zurückschlagen aber es macht ja nix wir haben hier noch ein paar sachen inselreserve bedeutet ist nicht so schlimm ich gehe dann sofort wieder zum eisen und holt mir aber es sollte nicht mehr passieren irgendwie falle ich heute die ganze zeit runter was zu essen noch so 18 steaks das passt ein paar steinchen vielleicht noch steinchen und so dann gehe ich mal rüber wieder und pass auf dass ich nicht runterfall weil ich ja sonst immer runterfall weil ich ja sonst immer runterfall nein mein eisen da schnappt er sich glatt mein eisen die man hier ein bisschen in den kampf was natürlich wie viel schläge hatte denn ausgehalten ich glaube ich jetzt einfach mal zu den anderen eisendings ich sterbe die ganze zeit die ganze zeit die ganze zeit ich das gibt es nicht zum glück gehe ich immer nur mit der schlechtesten ausrüstung hin aber soll natürlich auch nicht sein dass ich die ganze zeit sterb ist ja nicht der sinn von dem spiel von team orange sind auch nicht wir und hierhin wieder zurück jetzt baut er dies dem weg ganz ab geht dann sichern wir uns wenigstens mal ganz diesen du will ich mich doch verarschen ich werde fast wieder runter gefallen sagt hier haben wir vier eisen muss hier ein bisschen sichern den weg weil ich war hier sonst noch runter ihr und die anderen vielleicht nicht aber ich schon wie man gesehen hat ich fall überall runter und das tut dann schon ziemlich weh wenn man so runterfällt so aus 40 milliarden metern warum ist da gar kein eisen mehr drin 40 milliarden metern höhe blöcke 16 blöcke dann haben wir das deck genau ich kann rechnen so dann gehe ich mal darüber ich versuche mal in die mitte zu gehen und mir ein bisschen gold zu schnappen schnappe die schnapp schnapp die anderen haben wahrscheinlich schon bogen außer ich hier um zum gold zu gehen muss man so ein komisches jump and run machen gold spawn hallo komm spawn nur einmal ich bin immer gold immer viel gold 1 in jeder ecke oder in jeder nische halter drin aber jetzt moment grad scheint es nicht so zu sein doch jetzt jetzt ist es komm 3 4 so und du dich habe ich nicht gesehen danke trotzdem noch mal dass er mir geholfen hat und ich verpiss mich jetzt hier und gehe ach nein ich kann da nicht drunter springen Hilfe Tee bau dich runter ich komme mit mit und ich du mal runter danke 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 und jetzt schnell zu uns lass dich von dem blauen hinter mir nicht erwischen hab kein gold ich hab gold ich bleibe auch ein bisschen in der base jetzt fall als selber runter ein wunderschlauer typ schnell wo die weg wieder so die kann ich wieder zurück kommen meine team freunde und ich habe ein bogen das ist wunder toll boh und food fast food kette bone food bleiben in der mitte ich dann decke ich hier ein bisschen den block solange die in die mitte gehen so ich kaufe mir ganz viele steaks steaks liegt dann ein paar in die kiste kommen wir hier mal so eine schützenturm so wo ich so vielleicht ein bisschen rausschießen kann und die steine hier weg so zack zack die dahinten haben das eisenteil da eingenommen das möchte ich eigentlich ganz gerne haben weil eisen kann man nie genug davon haben aber scheiße ich triff schieß viel zu niedrig ich habe doch da gesehen der baut sich da ein ich komme hier ich bleibe hier ein bisschen du machst so ein stockwerk ich habe keine blöcke mehr hat die idee gerne die da hinten ging zu rausha scheinlich wahrscheinlich oder und ich und ein paar blöcke um einen turm da weiter zu bauen hat der eisen für mich ich habe nämlich nichts man immer der kürbis da hinten ganz ehrlich soll halt den weg weg bauen der da mit seiner base ich glaube ich stürme die jetzt gleich mal ach komm ich triff nie 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 ich glaube ich stürme jetzt ja und ich baue mich so nach oben obwohl es eigentlich gar nicht bringt aber egal hier mache ich so einen kleinen turm hin ich mache nichts keine sorge ich mache nichts keine sorge so in meiner schicken wir müssen die eisenbasis da hinten mal stürmen habe ich schon 10.000 mal gesagt bedeutet ich glaube ich mache es jetzt mal langsam und es kann doch doch noch etwas länger dauern als gedacht wir sind jetzt schon bei 19 minuten und 14 sekunden lass mich ich bleibt hinten Pande Bär und ich kein Bogen kein Gold oder wie sowas ist so ich brauche erstmal wieder ein paar Blöcke hey alter 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 ja ähm so hier ein paar Blöckchen 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 was auch immer gefarmt kann ich noch ein bisschen Steinchen mitnehmen und den da hinten mal töten der nervt nämlich die ganze zeit ok hier kommt man nicht vorbei ist auch gut der warte wahrscheinlich auch darauf nur problem herunter na mal warum denn genau bau dich da rein gut 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 sauber 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 hier hier oder nein ich nehme es mal äh und bring es mal zurück wir haben die festung da zusammen eingenommen das ist ein Teamwork so soll das gehen äh greenstone fuck 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 ich muss ihm helfen da hinten der muss wahrscheinlich oder ich soll wahrscheinlich den Block abbauen ich komme ja halte durch obwohl ich glaube der ist gerade runter gefallen scheiße ja jetzt habt ihr gar nichts mehr gar kein eisen dingspunkt mehr deswegen auch keine werkzeuge mehr und alles mögliche oh fuck der ist da über mir ich muss mich schnell hier hinter stellen und komme gleich wieder kurz in cut kurz in cut so weiter geht es ähm die schreiben da irgendwas unten im chat und und ich gehe jetzt mal hier das eisen in sicherheit bringen und paul paul ha ich werde das hat runter gefallen ja hier war ganz kurz gerade normalen cut ähm ich bin aus dem spiel gerade rausgetappt oder nicht rausgetappt ähm ich so eine meldung gekommen und da bin ich aus minecraft rausgeflogen aber es hat sich nichts verändert ich glaube es waren gerade 5 sekunden ähm und die haben das eisendingspunkt schon bald wieder da die sind gut glaube ich nein sind sie nicht so beide durch mich schau mal runterfallen verpiss dich verpiss dich verpiss dich ja ablösen hier vielleicht mal sondern andere hingehen ich gebe ihm deckung mit dem bogen den krieg ich den krieg ich hat den getötet oder scheiße warum hat er die auch so hoch gebaut da muss ich darüber bauen irgendwie kreuz und quer hin und her das hat's gebracht heftiger boy da stehen sie unten nur ich hab den bogen hey mach ihn der fällt von selber runter auch toll auch gut ich snack jetzt hier mal unbedingt hier eine wand bauen das für mich wenn sie boxen als ich dann nicht rückwärts runter fliege dann ja mal schnell was der holt sich eine schwitzhacke aber es wird ihm nix bringen da er nicht hierher kommen wird also ja ja help ich frag mal nach Hilfe weil die sind jetzt alle hier gerade die sind alle hier block ab bauen oder so wie der es einfach schafft ich kann dich trotzdem treffen fahr doch einfach so runter der darf nicht rüber laufen weil der hatte eisen dabei die chillen da hinten alle nur und machen irgendwas anderes über der einzige hier der kämpft war für zwei langer part das wird so ein langer part wir sind jetzt schon bei 25 minuten ja ich kann aber auch nicht das rausschneiden oder sowas was woher kam der fach mit der scheißblock mit der scheißblock mit der scheißblock mit der scheißblock ist egal Entschuldigung Handy ich kann grad nicht komm 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 bau ihn ab bau ihn ab bau ihn ab tja 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 erstmal Handy auf lautlos stellen lel let wie was was ok ich kann den Block nicht abbauen lol xd ok er baut halt einen richtig ewig langen gang dahin jetzt haben wir es am ende haben wir dann den Block abgebaut die haben die sind in der Basis chill alles so so Yolo Molo ich chill jetzt hier in der Basis das wird eine über lange mega 30 minuten ein halb gigabyte folge der hat ein schwert naja gg längste folge die es gibt let kill ja war schon letzter kill abgestaubt ok ja also wir haben jetzt 28 minuten 24 sekunden ich glaube die Folge schaffen wir noch unter 30 minuten ok also wenn es mir gefallen hat jetzt könnt ihr in die Kommentare schreiben welchen Spielmodus wir spielen sollen entweder Piratecraft oder Airo oder Bow Bash oder Rush oder Beast Mode oder alles mögliche oder soll ich die vielleicht auch mal ein paar Freunde von mir spielen ähm ähm ich und zum Beispiel ich rausgehen kann und angreifen und er kann in der Basis bleiben muss ich nicht so viel schreiben genau ihr könnt es in die Kommentare schreiben ist mir eigentlich egal und dann ja wenn es euch gefallen hat bewertet diesen Part und abonnieren um nichts mehr zu verpassen bis zum nächsten mal ciao